...zeit 30 Minuten. Jetzt schauen wir auf das Wetter in Bayern heute Nacht. Gebietsweise Regen nördlich mit Gewittern. 16 bis 13 Grad die Tiefstwerte. Morgen dann in Alpenähe und in den östlichen Mittelgebirgen. Vormittags noch Schauer, sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. 18 bis 24 Grad. Es ist 19 Uhr. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Verkehrsminister Dobrindt verhängt Zulassungsverbot für Porsche Cayenne-Modell. Staatsanwaltschaft Regensburg erhebt in Korruptionsaffäre Anklage gegen OB Wohlbergs. Am Jerusalemer Tempelberg hat es wieder Ausschreitungen gegeben.